Motsi Mabuse ist ein wahres Energiebündel. Die leidenschaftliche Lateintänzerin hat nicht nur zahlreiche Meisterschaften gewonnen, sie ist auch Teil der Jury der RTL-Tanzshow Let's Dance. Doch damit nicht genug. Motsi betreibt außerdem zusammen mit ihrem Mann Evgeni eine eigene Tanzschule. Einen vollen Zeitplan hat die 38-Jährige auf jeden Fall. Doch ihre Familie kommt dabei trotzdem nicht zu kurz. Auf ihrem Instagram-Account mischen sich unter die Fotos aus ihrem Arbeitsalltag nämlich auch einige private Schnappschüsse. So auch ihr neustes Foto. Darauf zu sehen Ehemann Evgeni und ihre einjährige Tochter. Eng schmiegt sich die Kleine an ihren Papa, der sie liebevoll in seinen Armen hält. Ihre Köpfe ganz dicht zusammengesteckt, genießen die beiden diesen innigen Augenblick. Bei diesem herzerwärmenden Anblick sind die Fans natürlich völlig hingerissen. So viel Liebe. So ein Foto berührt gleich mein Herz. Oder diese kleinen süßen Hände. Die ganze Welt hält an, wenn sie dich umarmen. Ist in den Kommentaren zu lesen. Auch auf diesem Schnappschuss achtet die stolze Mama darauf, das Gesicht ihres Babys so gut es geht zu verstecken. Auch der Name der Kleinen ist nicht bekannt. Ihr Foto versieht die gebürtige Südafrikanerin lediglich mit den Worten Mein Herz, mein Grund, mein Ein und Alles. Eines wird beim Anblick dieses Schnappschusses aber wieder einmal deutlich. Ihre Familie bedeutet der hübschen Tänzerin alles.